Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Tolle Wolle. Nachdem wir das letzte Mal das Halbpatent ausführlich angeschaut haben und das Vollpatent, wollte ich euch heute einmal das Vollpatent in Runden zeigen, denn das unterscheidet sich ein kleines bisschen vom Vollpatent in Flach. Das hier ist das Vollpatent in Flach. Es ist wunderschön symmetrisch auf beiden Seiten, also identisch auf beiden Seiten, anders als zum Beispiel das Halbpatent, das auf der Rückseite so eine Art Maiskölbchenstruktur hat. Und Vollpatent eignet sich vor allen Dingen für kuschelige Sachen wie Mützen, Schals, vor allen Dingen Schals, die von beiden Seiten identisch aussehen sollen, Rollkragenpuliers, wo man die schöne Seite außen hat, aber auch die Innenseite sieht, eben dadurch, dass es sich am Hals rollt. Dafür eignet sich prima das Vollpatent. Man muss allerdings auch dazu wissen, dass es daher, dass es so schön flauschig ist, auch mehr Garn verbraucht. Also so 30 bis 50 Prozent können es schon sein, im Vergleich zu einem normalen rechts-links-rechts-links-Bündchenmuster zum Beispiel. Es kann auch sein, dass wenn ihr das erste Mal im Vollpatent strickt und die korrekte Maschenzahlanschlag ein bisschen überrascht seid, dass es so gedrungen aussieht, euer Strickstück. Das ist ganz normal. Es braucht mehr Garn. Es hat eine andere Haptik. Es hat mehr Relief. Es spendet schöner Schatten. Es hat eine Tiefe hier drin. Also es ist alles wie so ein bisschen zusammengezogen und hat dafür aber auch sehr viel Stretch. Also bitte gerne, bitte gerne waschen und spannen. Das kann sein, dass sich diese Situation dann auch nochmal mit diesen sich entspannenden Fasern und Maschen auch nochmal so ein bisschen entspannt und auf die richtige Größe kommt. Ja, anders als beim Vollpatent, dass man flach strickt und meistens mit einer ungeraden Maschenzahl stricken wir das Vollpatent in Runden mit einer geraden Maschenzahl, damit dieses grundsätzliche rechts-links-rechts-links-Muster, was auch im Vollpatent im Grunde fortgesetzt wird, aufgeht. Also rechts-links, rechts-links. Dafür muss unsere Zahl teilbar durch zwei sein. Wir haben für gewöhnlich eine Vorbereitungsrunde. Die habe ich jetzt hier mit einer 1 markiert, gefolgt von zwei Runden, die sich stets wiederholen. Ich habe sie jetzt Reihe 2 und Reihe 3 genannt. In anderen Strickschriften ist die Vorbereitungsrunde vielleicht nicht nummeriert und wir haben dann hier Reihe 1 und Reihe 2, die sich stets wiederholen. Ich habe es jetzt so gemacht. Ich hoffe, es ist nachvollziehbar. Zu guter Letzt noch, wenn wir im Vollpatent stricken, müssen wir ein ganz kleines bisschen Geduld und Vertrauen mitbringen. Die ersten Reihen wirken meistens erst sehr merkwürdig. Erst nach ein paar Reihen oder Runden ergibt das Ganze Sinn und man kann sich darunter vorstellen, was am Ende draus werden soll. Ich würde sagen, wir verlieren jetzt nicht weiter Zeit. Schauen wir uns mal die Strickschrift an und starten mit unserem Maschenanschlag. Ich habe da mal was vorbereitet. Wir haben hier eine super kleine Strickschrift, um das Ganze zu veranschaulichen. Wenn euch das zu anstrengend ist, zu kompliziert, springt gerne ein, zwei Minuten im Video, bis ich das hier an meinem Strickstück zeige. Ich finde es trotzdem ganz gut, das hier zu verstehen. Wir arbeiten ja in Runden, deswegen sind die Zahlen hier an der Seite. Wir lesen diese Strickschrift von rechts nach links und haben hier immer eine Vorbereitungsrunde. Das sind die blau unterlegten Maschen und zwei Runden, die sich stets abwechseln, bis wir so lang gestrickt haben, dass wir abketten wollen. Wir folgen auch hier im Grunde dem Rechts-Links-Rechts-Links-Prinzip. Also in der Vorbereitungsrunde, ähnlich wie beim Flachstricken im Vollpatent, heben wir erst eine Masche links ab mit Umschlag, gefolgt von einer rechten. Also im Grunde links abheben mit Umschlag rechts, links abheben mit Umschlag rechts. In Runde zwei stricken wir dann diesen Umschlag links zusammen und diese rechte Masche heben wir ab mit einem Umschlag und in Runde drei heben wir dann die zuvor zusammengestrickte Masche wieder ab mit einem Umschlag und folgen dann mit einer rechts zusammengestrickten Masche. Also die Doppelmasche, die wir hier kreiert haben, stricken wir rechts zusammen. Wie sieht das in der Praxis aus? Ich habe jetzt hier eine gerade Maschenzahl angeschlagen und eine passende Rundstricknadel, aber auch wenn ihr mit der Magic Loop Methode arbeitet oder mit einem Nadelspiel folgt es alles demselben Prinzip. Vor allen Dingen beim Nadelspiel muss man einfach ein bisschen darauf achten, dass man seine Umschläge nicht verliert zwischen den Nadeln, aber das kann ich euch gleich vielleicht auch noch einmal zeigen. Ich folge ja dem Prinzip links mit Umschlag gefolgt von einer rechten Masche. Ihr dürft es auch umdrehen, dann müsst ihr natürlich hier alles umdrehen. Guckt mal wie es sich für euch am besten anfühlt, wenn ihr die Runde schließt. Ich finde links abgehoben mit Umschlag ist gar nicht schwer. Das machen wir jetzt einfach mal. Ich nehme den Faden auf, lege den Faden hier vor die Nadel, also kreiere quasi meinen Umschlag und hebe die erste Masche jetzt ganz einfach wie zum Linksstricken ab. Also gehe von rechts nach links hier in die Masche rein und habe die Runde geschlossen. Die nächste Masche stricke ich rechts, ganz normal rechts und hebe dann wieder eine Masche ab, links mit Umschlag. Ich hole den Faden nach vorne und kann hier jetzt ganz einfach in diese Masche rein, also ich kann das echt automatisieren, schwupps und gar nicht weiter darüber nachdenken. Links mit Umschlag, eine Masche rechts, dann links mit Umschlag abheben und eine Masche rechts. Nicht wundern, das sieht jetzt, weil hier eben dieser Umschlag ist, ein bisschen so aus als wäre die, als hätte man das doch nicht richtig geschlossen. Das ist vollkommen normal, denn diese Masche zieht sich hier drüber und die zieht so ein bisschen hier unsere Maschen nach außen. Wir haben alles richtig gemacht, so sieht das am Anfang einfach aus. Ich habe jetzt geredet, jetzt frage ich mich natürlich hm, was habe ich denn zuletzt gemacht? Ich sehe, dass ich zuletzt eine rechte Masche gestrickt habe, denn der Faden kommt hier direkt aus der Masche. Ich weiß, jetzt kommt wieder links mit Umschlag, denn wenn ich links mit Umschlag zuletzt gestrickt habe, dann kommt der Faden nicht aus der Masche heraus, sondern der kommt hier direkt von der Nadel. Also für den Fall, dass ihr zwischendrin eure Nadeln ablegt, wisst ihr, was ihr als nächstes stricken müsst, wenn ihr euch anschaut, woher der Arbeitsfaden kommt. Jetzt wieder eine rechte Masche und links mit Umschlag. Das ist unsere Vorbereitungsreihe. Das machen wir jetzt bis zum Ende und dann sehen wir uns wieder. Erste Runde ist fertig. Die letzte Masche habe ich rechts gestrickt. Jetzt kommen wir in die zweite Runde bzw. unsere erste Musterrunde, die sich dann mit Runde Nummer drei immer abwechselt. Hier wollen wir die Doppelmasche links zusammen stricken. Das hier ist unsere Doppelmasche, also die allererste Masche, die wir aufgenommen hatten, plus dieser Umschlag. Das kann natürlich sein, dass der, wenn ihr die Nadeln hinlegt, runterfällt. Also bitte daran denken, da muss der Umschlag drauf. Und den stricken wir links zusammen. Das heißt, wir holen unseren Faden nach vorne. Also haben hier jetzt quasi Masche Nummer eins plus den Umschlag plus unseren Faden, also drei Fäden und die können wir jetzt links zusammen stricken. Also beide Fäden zusammen stricken, als wäre es eins. Links zusammen, gefolgt von einem Umschlag und einer links abgehobenen Masche. Also Faden nach vorne, links abheben. Das kennen wir ja schon, das Prinzip. Und jetzt geht es immer weiter. Das hier ist auch unser Umschlag. Man sieht es hier so ein bisschen, wie sich der Faden da drüber zieht. Also die stricken wir auch wieder links zusammen. Und heben ab mit einem Umschlag. Stricken wieder links zusammen. Manchmal liegen die Fäden hier vorne nicht so ganz aufeinander, aber man kann immer hinten schauen, ob sich hier so ein Kreuz ausgebildet hat. Die stricken wir links zusammen. Und die Masche, die hier rechts erscheint, heben wir wie zum links stricken ab mit einem Umschlag. Die stricken wir nicht rechts, die heben wir ab. Und das machen wir jetzt die ganze Reihe entlang. Und dann zeige ich euch gleich, wie man zwischen diesen Reihen gut unterscheiden kann. Wenn man auch wieder sein Strickzeug hingelegt hat und nicht ganz genau weiß, in welcher Reihe man denn jetzt war. Runde 2 ist fertig. Hier habe ich meine Doppelmasche, wie es hier im Buche steht. Also links abgehobene Masche mit Umschlag. Das ist dieser Umschlag, der zu der letzten Masche gehört. Und jetzt in Runde 3 starten wir wieder mit einem Umschlag. Hier haben wir eine einzelne Masche. Die möchte wieder mit einem Umschlag bestückt werden. Also jetzt immer, wenn wir einzelne Maschen haben, muss ein Umschlag mit dazu. Und wenn wir Doppelmaschen haben, so wie diese hier, man sieht hier, die Fäden überkreuzen sich. Hier ist die nächste Doppelmasche. Und hier wiederum die nächste Doppelmaschen werden zusammengestrickt. In einer Runde werden sie links zusammengestrickt, so wie jetzt gerade in der zweiten und jetzt in der dritten werden sie rechts zusammengestrickt. Wir sind jetzt kurz vor dem Übergang wieder von dieser dritten Reihe zur zweiten Reihe. Und hier möchte ich euch einfach einmal zeigen, wie man wieder klarkommt, wenn man sein Strickzeug zur Seite gelegt hat und sich nicht mehr ganz sicher ist, in welcher Reihe man war. Es lohnt sich natürlich immer, vor allen Dingen am Anfang, Reihen auch zu zählen oder sich Häkchen zu machen. Aber wenn ihr so ein bisschen lost seid, dann schaut euch die einzelnen Maschen an. Hier muss ich jetzt als nächstes wieder einen Umschlag drüber machen, denn das ist meine einzelne Masche und hier ist meine Doppelmasche. Und ich sehe, dass diese Masche eher wie so eine linke Masche erscheint, denn hier zieht sich der Faden so drüber. Und wenn diese Masche wie eine linke erscheint, dann muss ich meine Doppelmasche rechts zusammenstricken. Also so wie jetzt gerade in der dritten Reihe. Ich sehe, hier ist diese links anmutende Masche. Doppelmasche muss ich rechts zusammenstricken. Jetzt gleich beim Übergang wieder zu dieser Reihe habe ich hier ja auch einen Umschlag. Den muss ich links zusammenstricken und sehe auch hier, dass ich in einer Reihe bin, wo die Einzelmaschen rechts erscheinen. Wenn die Einzelmaschen rechts erscheinen, dann werden meine Doppelmaschen links zusammengestrickt. Also, Einzelmasche erscheint rechts, ich stricke meine Doppelmaschen links zusammen, Einzelmasche erscheint links, so wie hier. Dann stricke ich meine Doppelmaschen rechts zusammen. Ich hoffe, das hat euch geholfen, ich hoffe, es war nachvollziehbar. Ich stricke jetzt noch ein kleines bisschen weiter und zeige euch dann, wie man abkettet. Sagen wir mal, wir wollen jetzt abketten. Das ist beim Vollpatent eigentlich gar nicht so schwer. Ja, wir können unsere Einzelmaschen stricken, hier zum Beispiel so als linke Masche und unsere Doppelmaschen einfach als eine Masche zählen. Das wäre jetzt hier die nächste. Hier ist meine Doppelmasche. Ich sehe, hier hinten verkreuzt es sich. Die stricke ich als rechte Masche, denn ich bin jetzt wieder in der Reihe, in der ich sie rechts abstricken muss und kann jetzt die ältere Masche über die neuere ziehen, so wie wir es vom Abketten gewohnt sind. Also, das ist jetzt gerade hier ein bisschen frickelig und kann jetzt so beginnen abzuketten. Hier habe ich wieder eine linke, die stricke ich links, ziehe die ältere Masche über die neuere drüber, kann jetzt meine Doppelmasche wieder rechts stricken. Und so geht das weiter, bis ich meinen kompletten Kranz abgekettet habe. So sieht das dann ungefähr aus. Ist eigentlich ganz hübsch, wenn ihr etwas strickt und ihr wollt einen besonders dehnbaren Abkettenrand, das ist vielleicht für ein Bündchen ganz toll, beim Pulli oder auch bei einer Mütze. Dann könnt ihr auch eure Maschen ganz normal stricken, wie ich es jetzt auch gerade getan habe. Also jetzt zum Beispiel die Doppelmasche als rechte Masche und dann aber nicht die ältere Masche über die neuere ziehen, sondern die beiden Maschen noch einmal zusammen stricken. Also ihr geht mit der Nadel rein, schnappt euch den Faden und strickt die nochmal zusammen. Also ihr kreiert quasi wie nochmal so eine Extramasche, ein bisschen mehr Space. Jetzt in diesem Fall die linke als linke Masche stricken und wieder beide Maschen zusammen stricken. So und dann habt ihr nochmal einen Rand, der noch ein bisschen mehr Spielraum hat. Das mache ich jetzt mal noch zu Ende, dann können wir das vergleichen und schauen, was uns besser gefällt. Bis zum nächsten Mal. So sieht es dann abgekettet aus. Das hier ist unser normaler Rand, wo wir die ältere Masche über die neuere gezogen haben. Und das hier ist der Abkettrand, der so noch ein kleines bisschen elastischer ist, wo wir beide Maschen noch einmal zusammengestrickt haben. Ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen, dass hier ein paar Tipps und Tricks dabei waren, die euch bei der Umsetzung eures ersten Vollpatentmusters helfen können. Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, was ihr euch in Zukunft so an Strickmustern wünscht, was ihr für Wünsche habt, wie es euch geht. Lasst ein Like, ein Abo da. Ich freue mich immer von euch zu hören und wünsche euch bis zum nächsten Mal fröhliches Nachstricken und alles Gute. Ciao!